Ohr 2002 geht an Michael Jackson. Ich würde jetzt gerne sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Mr. Michael Jackson. Aber Mr. Michael Jackson hat leider abgesagt in letzter Minute, er konnte nicht kommen. Er lässt Sie alle grüßen, durch uns und durch diese Videobotschaft. Dear Guest of Honor, dear Mr. Gorbachev, it is a great honor for me to be selected by Mr. Gorbachev and the jury to receive the World Arts Award 2002. This year the motto of the World Award is Peace and Tolerance. These values are especially dear to me. In my own heart and mine, I stand united with you for peace, love and tolerance in the world. I have to thank Mr. Gunter Stumpf, Mr. George Kindle, and I thank President Mikhail Gorbachev. I love you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you.